Tadam! Geile Brötchen, die es ist da! Sind die alle für mich? Ja, wenige Brötchen bestellt für mich! Alter, das sind deine? Das sind alle meine! Ist nicht dein Ernst? Wo sind meine zwei? Wo sind meine zwei? Rück raus! Was hast du für eine tolle Kamera? Das ist die Osmo! Das ist mein Ersten. Das ist mein Ersten. Harry, wo ist die beste Tante? Wo ist die weltbeste Tante? Ja, fein! Ich sabbert mein Schlummer als der Dicke, ey! Ist ja ekelhaft! Buddy? Buddy? Hier, die Karri hat dich beschissen! Schmecken lassen! Die anderen sind gerade am Wandern. Ich faule, es liegt hier im Auto. Aber die Thea rief gerade an. Die haben es echt bis da hoch zur Burg geschafft. Gucken wo die Burg ist. Ja! Da oben sind sie! Das krieg ich wahrscheinlich nie... Ich krieg wahrscheinlich niemals ran gesumt. Aber ist ja geil! Aber ich höre euch! Ich höre euch ein bisschen herrufen! Das ist ja geil! Wuhuuu! Und vor allen Dingen... Und vor allen Dingen... Ich hab echt gedacht, der Buddybell bis hierher, gell? Der klang wie Buddy, ey! Nee, das kommt von unten! Aber sei froh, dass du nicht mitgekommen bist! Warum? Naja... Es ist seit zwei Stunden unterwegs. Und jetzt haben wir es gerade hier hoch geschafft. Also mir geht es ein bisschen besser. Ich habe mich gerade voll gedröhnt. Ich würde euch nachher aber sehr, sehr gerne von der Fähre abholen. Ja, dann sage ich dir noch Bescheid. Genau so machen wir das. Bis dann! Ich gehe die fleißigen Wanderer jetzt mal abholen von der Fähre. Ich lege sie direkt hier am Fuße vom Zeltplatz an. Ach, guck mal! Ich glaube, das sind sie schon! Ey, hier ist übelst was los. Ich wollte heute noch mal paddeln gehen, beziehungsweise segeln. Weil hier kommt ab und zu mal ein Wind. Stößchenchenchenchen! Ich wollte es probieren, aber... Ich glaube, hier sind wir zu viele Leute heute. Hier ist ein Sapshoflehrer. Bin ich genau richtig? Der gibt gerade Anweisungen und Tipps, wie man am besten mit den Dingen zurechtkommt, wie man anfängt da oft zu stehen. Der hätte mal gestern da sein können, der sagt. Da rufts! Es kommt! Thea und Esusa, die sind nicht mehr mitgekommen. Die Berge sind super voll. Jetzt schwimmen die hier rüber. Ich gehe kaputt. Die Weiber, ey, geil. Habt ihr noch Klamotten an? Ja! Ich gehe fast hier, ey! Ja, hallo! Wer bist du denn? Oh! Mhh! Lecker Kamera! Du bist ja eine Hübsche! Das sind... Ja! Ihr habt ja einen Affenzahntropf, das ist ja Wahnsinn! Ja! Die beiden sind so geil! Die sind zwischen den Boden durch, ey! Ah ja! Ich hab die Schlimmsten wieder da gelassen, hä? Was ist los? Ich zieh dich raus! Komm! Gib mir deine Hand! Ja! Warte, warte, warte! Ich will nicht so, ich will nicht so! Wie denn dann? Wo ist deine Hose? Ich schiebe mich etwas! Raus mit dir! Ich fühle mich etwas wie so gepresstes Michelin! Ich weiß nicht, ob ich so rauskommen kann! Wir bewerten das schon, ganz ehrlich! Ah! Und? Kann man so gehen? Wenn du stehst, ist super! Gott! Hä? Ist doch okay! Sportlich! Gehen los jetzt! Machst du noch die Etikappen da? Achso! Ich dachte... Ich hab gedacht, die hast du uns ran gelassen, weil die nicht wusste! So! Ich bin ausgefertig! Du steigst aber nach vorne! Es ist alles, als wärst du hier toll viel ran vorhauen und dann... Und dann machst du hier... So! Standesgemäß gekleidet! Wir lassen jetzt das Samt zu Wasser! Und dann geht's los! Paut holen! Auf in den Kauf! Gott sei Dank habe ich fleißige Helfer! Ey, in dem Teil läufst du wie so eine Pleiante Ente am Grund! Das ist echt abnormal, ey! Dankeschön! Ich fühle mich wie eingeschissen, ey! Wenn ich jetzt das Bein überschwinge und der Anzug klatzt... Was machst du? Was machst du? Sitzen! Und es geht erstaunlich gut! Wo ist denn der Sitz? Umgeklappt! Ich bin halt noch Anfänger! Aber es wird ja... Tschö Leute! Macht's gut! Wenn ihr nicht mehr von mir hört... Ich sitze ab! Mit dem... Scheiße! Also falls ihr mich sucht... Ich bin dann nicht abwärts! Ciao, ciao! Oh, der Dampfer kommt! Chef hat gesagt, ich soll mich mit der Spitze ranstellen! Vielleicht schnell mal ausprobieren! Oh, willkommen! Ja! Naja... Ich glaube seitlich kann man dir... Oh, nee! Ich glaube, der hat recht! Also wenn ich mir vorne nehme, ist schon eine geile Idee! Ich bin gerade hier hinten reingefahren, man sollte vielleicht die Bolien beachten! Da haben sich unten hier diese Keile, diese... Ich komme nicht auf den Namen! Die haben sich so in diesen Kras... Ich habe gedacht, ich komme hinten nie wieder raus! So, ich muss ein bisschen Gas geben! Da wartet dann auf mich am Boden! Boah, mir so warm an dem Teil! Das ist unglaublich! Jetzt gabelt sich hier der Weg und der hat mir echt nie gesagt, wo ich lang muss! Ich habe keine Ahnung! Also dort sieht es nicht schlecht aus! Hier könnte es aber auch sein! Na, wie hast du natürlich nicht mit! Ich lasse mich überraschen! Marcel aber mich wiederfindet! Hallo! Ich suche hier einen Hafen! Muss ich denn da lang? Da lang oder da lang? Da lang! Alles klar, Dankeschön! Hier doch! Ey, die Kulisse ist traumhaft! Wenn der mich dann hier angehangen hat an seinem Boot und ich hinten dran hänge, zeige ich euch das mal! Das ist so geil hier! Und vor allem bin ich wieder total geflasht! Weil das ist eine Stunde von mir zu Hause! Und das sind Orte, die ich noch nie gesehen habe! Und die total mega sind, ja! Boah, ich paddel gefühlt jetzt hier schon seit einer Stunde! Ich komme immer mehr in den Oberwald! Weder im Boot noch in den Hafen! Keine Ahnung! Ich hoffe, ich bin hier richtig! Ansonsten habe ich es heute verdient! Weil ich fahre ja nicht mehr zur Wanderung! Irgendwo muss ich ja meine Kalorien verdallern! Da habe ich mir nachher meinen Schnitzel verdient vom Grill! Aber das würde ja auch schon wieder zu mir passen, wenn ich mich verfahren habe! Ich den ganzen Scheißweg alleine zurück paddeln muss! Ich möchte mich so gerne ans Boot dranhängen! Bitte rette mich! Ich hoffe, der kommt! Ey, guckt euch das mal an! Da steht schon ein Paradies dran! Das ist wirklich ein kleines Paradies! Und du hast hier ringsrum nur deine eigene Hütte und einfach nichts! Die doofe Bergmacht auf dem Saft! Ist doch total geil, oder? Besser kann man da mit seinem Häuschen eigentlich nicht liegen! Also nur ganz ehrlich, ich streike jetzt! Der kommt hier nicht! Ich habe gerade nochmal gefragt, das sind hier noch zwei Kilometer! Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier nur eine Strecke ist oder ob ich davon vielleicht doch hätte abfahren müssen! Ich warte jetzt hier, entweder der kommt und wenn der nicht kommt, lobe ich eben! Da kommt jetzt noch ein Ruderer! Weil ich, soweit ich mich erinnern kann, hat er gesagt, der hat Holzpaddel! Also sprich, er hat ja gar keinen Motor! Ich dachte immer, da kommt irgendwas mit dem Motor! Ich warte ihn jetzt noch ab! Wenn der das nicht ist, dann gebe ich auf! Ich habe keine Lust mehr! Dann fahre ich zurück! Die sitzen bestimmt schon alle beim Grillen! Die Glocken haben gerade geläutet! Die sind ja jetzt schon um sechs! Ich bin ja jetzt schon bald anderthalb Stunden hier auf dem Wasser! Ich kriege die Krise! Naja, ich warte mal noch, ob er jetzt noch vorbeigeschissen kommt! Ansonsten mache ich dann wieder zurück! Ey, ich fasse es nicht! Ich wollte gerade aufgeben, ne? Nun kommt die doch! Also ich hoffe, die meinen mich, wenn die hier rufen und winken! Also hinter mir ist keiner! Ich freue mich mal mit! Und ich glaube, die haben sogar einen kleinen Motor dran! Wie geil ist das denn? Oh, bitte ey, lass die wegen mir winken! Die haben einen Motor dran! Ich hänge mich jetzt hinten dran! Das ist so geil! Ey, das ist so geil! Ey, ich wollte gerade aufgeben! Hä? Ey, ich wollte gerade aufgeben! Ich dachte, das kannst du vergessen! Hier kommen keinen Hafen, hier kommen keinen Birnsi mehr! Ich gebe jetzt auf! Ich habe es gerade rumgedreht! Du hast gut, dass ihr gewunken habt! Wie geil ist das denn? Warte! Wuhu! Klatsch ab, Mann! Ja! Alter, wie geil! Kann ich mich dranhängen? Oh, ich habe gedacht, ich muss jetzt padden bei euch! Oh, ihr habt ein Motor! Alter, wie geil ist das denn? Ja, was ist das denn? Moin! Hilf mir! Nehm mich! Äh, zieh mich ran! Wollte ich sagen! Warum müsst ihr denn dran gehen? Ich kann das nur festhalten! Oder hier vorne... Ne, warte, wir haben doch... Hier ist ein Dings! Eine Öse! Zack! Ne Öl! 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 Scheiße! Geil! Ich kann mich ja hier so... Nimm mal, das Paddel, das brauche ich jetzt nicht mehr! Professionell die Kamera gehalten! Ich chill jetzt hier ab! Boah, ist das geil, Alter! Ist das geil! Und ich wollte aufgeheben, ne? Gib Gas jetzt! Schaka! Ich bin jetzt schon anderthalb... anderthalb Stunden hier auf dem scheiß Wasser gepaddelt! Ich habe gedacht, hier kommt gar niemand mehr! Wir haben alles mal vergessen! Ist das geil! Ja, wir haben alles mal vergessen! Ist das geil! Oh, Leute! Das ist der absolute Oberknaller! Dafür hat sich die Scheiße schon wieder gelohnt! Kann man bitte schneller fahren? Warum? Die Grillen, oder? Die Grillen! Das ist etwas schwierig! Klaaaa! Wo willst denn du hin? Ich kann mich so nicht helfen! Bist du irre? Mein Arm reißt dein Arm! Nein, da unten ist Kaffee! Da hast du wissen was zu tun! Ich bin noch nie so komfortabel Boot gefahren wie heute! Das ist so arschgeil, ey! Ich habe selten so was geiles gemacht und scheiße! Das ist so ein Luxus! Oh, da vorne hängen so komische Luftballons von der Hochzeit! Wir sammeln die jetzt fix ein und dann schicken wir die zurück! Auf jeden Fall! Warte! 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 Und noch einer! Komm her, du Sau! Die Rettung der Balance! Warte! 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 Ich habe keine Lust mehr! Ach komm! Die drei, und dann dort vorne der Lose und dann... Und dort noch einen! Jetzt ist aber Schluß! Du hast doch eh keine Briefmarken! Weißt du was die Briefmarken heutzutage kosten? Warte! Wir waren übelst erfolgreich! Wir heben gleich ab! Mal sehen was man da mit dem ganzen Bistern macht! Das ist genau da! Hilfe! Herr Kaffee, hältst du mich wieder? Ich hoffe du hast noch ein bisschen Akku, ich kann nicht mehr und ich schwitze wie ein Schwein. So können wir daheim kommen, he? Scheiße! Es waren die Leute in der Brühe. Ruhe. Himmlische Ruhe. XZ, alles klar bei dir? So fährt man sap, ihr Loser! Empfangskomitee. Heute ganz schön morger. Ich dachte hier kommen alle, da stehen da zwei Hanseln, ich fasse es nicht. Ach doch! Sie sind doch treu. Zuschauer. Ich liege hier echt wie der letzte Assi auf dem Ding und die Filme von meinen. Bin ich grazil wie eine Nixe? Nixe, Nixe. Hallo, ob ich grazil aussehe will ich wissen. Die ist auch 99 Stoffballons. Na ja fast, wir haben uns ein bisschen verzählt. Sieht das gut aus du, ja? Ja, das ist doch gut. Es geht, ihr habt die Kamera an der Hand. Hast du die Mutti etwa vermisst, mein Dicker? Na komm mal her, vielleicht kommst du hier drauf. Warte. Na, wie du, du wendest mit seinen Krallen hier. Na, Buddy, hallo! Na komm mal her. Ja komm. Na komm mal her. Hallo! Hast du mich vermisst? Wurde die Mutti lange weg. Ich habe auch gedacht, ich bin schneller wieder da. Die haben mich voll verarscht, gell? Ich habe gedacht, das dauert hier, weißt du nicht, 20 Minuten. Ich bin anderthalb Stunden gepaddelt. Da kommen keiner. Ich wollte eigentlich aufgeben. Übelst lang, um 6 Uhr war ich noch nicht mehr angekommen. So jetzt, Buddy, gehen wir jetzt raus hier aus der Brüche? Jetzt, Dicker. Sorry! Klasse! High five, Dicker, war geil. Ich teste jetzt hier mal diesen Neopren. Ich hänge. Oh, nur mit den Füßen. Warte, ich hänge. Ist das jetzt hier tief? Ich fall hier gleich runter. Helft mir da mal jemand, Gottverdammt! Ich schieße die Kamera, kannst du die fangen? Nein? Nein, fangen würde ich nicht. Doch, Andi, du schaffst das. Sehr geil! Minimal, minimal. Ja, komm, hopp! Ja, hopp! Wuhu! Ich komme wieder mal genau richtig. Essen ist gleich fertig. Wir müssen noch drauflegen. Oh, was machst denn du Geiles? Bohnen Eintopf! Da schwebt der Bettdecker heute Nacht. Sorgt ja. Oh, Baccarosi, danke fürs Grillen! Sehr gerne! Die sehen aber schon geil aus. Ja, ne? Da kann ich eigentlich mal die Schüssel holen, ne? Eigentlich ja. Geht los! Meister heute. Ja, aha! Ja, aha! Ja, aha! Ich hätte gerne meine Würsten! Wie viel hast du denn von denen? Achte! Grinsen, grinsen, grinsen! Dankeschön! Ich weiß, größer ging der Teller nicht, aber der stand gerade so rum. Guck mal! Guck mal! Die sind geil! Die sind richtig lecker! Ja, die sind geil! Das sieht ein bisschen verloren aus hier drinnen. Die Schüssel stand so rum. Wo denn? Und bei mir? Das ist... Oh, Kari, guck mal hier! Nee, ich bin noch püfft. Ah, die hat schon. Let's go party! Let's go party! Achso, dann werden wir hier wieder gestriked. Der Bulle, der hat dann so eine geile Fotobox mit. Das ist so genial! Spannend oder was? Warum jetzt? Oder gibts? Oder gibts? Der Traum ist so geil. Das ist so geil! Aber das hätte kommen! Da sind viele Schnellbilder. Drehbilder 1, 2, 3, 4